Ein blinder Passagier Mama? Ja, Caro, was ist denn? Hast du die Getränke geholt? Oh je, nein, die Getränke sind noch im Vorratsraum, aber ich habe etwas anderes. Was denn? Vielleicht Schokolade? Nein, Mama, es ist keine Schokolade. Was ist es denn? Mama, es ist so. Ich gehe in den Vorratsraum. Ich schalte das Licht ein. Und? Und da ist dann... Was ist da? Carolinas Mutter wird langsam nervös. Ein blinder Passagier. Ein blinder Passagier? Eine fremde Person auf unserem Schiff? Das kann nicht sein. Papa kontrolliert das Schiff immer. Tut mir leid, aber ich bin wirklich ein blinder Passagier auf ihrem Schiff. Roman kommt jetzt auch in die Küche. Und wer bist du? fragt Carolinas Mutter. Ich heiße Roman. Roman Steinhuber. Ich will aber gar nicht mitfahren. Du willst gar nicht mitfahren? Und warum bist du hier auf unserem Schiff? fragt Carolinas Mutter. Ich weiß es nicht. Ich bin mit meinen Freunden abends in Basel. Wir essen Pizza und gehen dann zum Hafen. Dann werde ich müde und schlafe ein. Und dann kommt dieses Mädchen und schreit. Aha. Es tut mir wirklich leid. Roman ist jetzt sehr nervös. Ich muss zurück nach Basel. Meine Eltern wissen nicht, wo ich bin. Jetzt essen wir erst mal etwas. Und nach dem Mittagessen sprechen wir mit meinem Mann, sagt Carolinas Mutter. Roman denkt, ich bin ein blinder Passagier und die Mutter ist so nett zu mir. Magst du Spätzle? fragt Carolinas Mutter. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, antwortet Roman. Was möchtest du trinken? Saft, Cola, Mineralwasser? fragt Carolinas Mutter. Oh je, Mama. Die Getränke sind noch im Vorratsraum. Ach, Caro. Roman, gehst du bitte mit Caro noch einmal in den Vorratsraum? Ja, klar. Caro heißt du also, sagt Roman. Ich heiße Carolina, aber alle sagen Caro. Kapitel 7